Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und ich darf heute hier diesen Audi A3 vorstellen. In dem Video soll es vordergründig um den Zustand gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung, weil die könnt ihr selber nachlesen. Ihr drückt einfach oben auf den Link, dann wird er weitergeleitet zum Mobile. Solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug auch noch zum Verkauf und dort ist alles detailliert niedergeschrieben, was der eben so mitbringt. Wir sind vorab fürs Instagram-Video schon mal ringsherum gelaufen, haben uns den angeguckt, weil für die Leute, die von weiter weg kommen, ist es vielleicht eine schöne Sache, sich online für so ein Fahrzeug zu entscheiden. Das heißt, wir liefern es sogar bis vor die Tür, probieren es transparent als möglich zu machen, weil wir haben keine Lust auf irgendein Diskussionsgespräch, wenn das Auto dann beim Kunden steht. Deswegen probieren wir alles, wie gesagt, transparent als möglich zu machen. Wir checken es auch ordentlich durch unsere hauseigene Werkstatt gegen, da wird auf jeden Knopf gedrückt. Wir haben einen 75-Punkte-Plan, der abgearbeitet wird. Es wird ausgiebig Probe gefahren, der Fehlerspeicher wird ausgelesen, weil wir natürlich wollen, dass ihr von uns ein gutes Auto bekommt. Der Kollege filmt gerade hier in den Innenraum rein. Hier ist nichts abgenuddelt, abgeranzt, durchgesessen oder sonst irgendwas. Ich mache auch mal die Geruchsprobe. Hier riecht es wieder nach Hund, Katze, Rauch, gar nichts. Und insgesamt steht er wirklich gepflegt da. Die Felgen haben so ein bisschen paar kleine Mini-Schäden, will ich jetzt fast so sagen. Aber das gehört vielleicht doch dazu, weil es tut mir bitte einen Gefallen, wenn er hierher kommt. Erwartet kein neues Auto, es ist ja nie nagelneu, aber in einem sehr gepflegten Zustand, wie ich finde. Und von daher, der kostet ja auch was ganz anderes jetzt, als er mal neu gekostet hat. Und ich denke, das kann man da einfach verkraften. Das ist einfach kein neues Auto. Aber wenn ich dem jetzt eine Schulnote vergeben würde, würde ich dem hier irgendwie eine 2 bis 2 Plus irgend sowas geben, weil ich sehe auch nichts an Kratzern, Bollen, Dellen oder sonst irgendwas. Das ist eine schöne Erscheinung, das Fahrzeug. Von daher, wenn ich das Interesse am Fahrzeug geweckt haben sollte, dann lasst es uns gern wissen. Wir sind hier auf der Hauptstraße 96, 9 bis 18 Uhr für euch da am Montag bis Freitag, Samstag 10 bis 14 Uhr. Wir nehmen euer altes Auto in Zahlung. Ihr könnt sowas finanzieren über günstige Konditionen bei der Hausbank bei uns. Und optional gibt es auch eine Gebrauchtwarengarantie. Ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye-bye.